. 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 Glaubst du, immer noch, dass ich mich gedulden soll? Vielleicht waren wir zu ungeduldig, was deine Ungeduld angeht. Alles klar. Zeit für Helden. Was? Habe ich was auf der Nase? Würde mir nichts ausmachen. Ähm, nur das kleine ganz oben sieht schräg aus. Musste dieser blöde Spruch sein? Allerdings. Ich bin raus! Also gut, ihr Klimakübel! Wie wär's mit dieser Wettervorhersage? Schmerzhaft mit Aussicht auf Prügel! Wie der aussieht. Kann meine Gefühle nicht im Zaub halten? Hör auf zu lachen! Ha, Emotionen. Lustig, aber gefährlich. Hä? Was? Wow! Der Sturm reicht bis in den Weltraum? Das meinten sie also, als sie kosmischer Zyklon sagten? Das war zwar sehr amüsant für uns Köpfling, aber du hast zu viel gesehen. Was uns jedoch ganz und gar nicht wütend macht, denn die Weatherheads spüren keinerlei Emotionen, auch keine Wut. Wir werden dich nun ausschalten. Ausschalten? Ich bin noch nicht mal auf Betriebstemperatur. Was ist überhaupt euer Problem mit Emotionen? Emotionen sind ineffizient und schwach. Ungewissheit können wir nicht tolerieren und Gefühle sind unberechenbar. Stimmt, das sind sie. Genauso wie das Wetter. Alles klar, Klima-Clowns. Versucht es doch! Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, hm? Was? Wie du willst, Köpfchen. Ineffizient! Schwach und unberechenbar! Ha, du Windbeutel! Du weißt schon, Wind, das war ein Witz. Das ist Wetterhumor. Ha! 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 Oh, konzentrier dich! Konzentrier dich selbst, Hagel-O! Klingt, als hättet ihr eure Emotionen doch nicht ganz unter Kontrolle. Ha? Uh! Ich habe dem Rat gesagt, dass du zu launenhaft für diesen Auftrag bist. Launenhaft? Ich? Du warst doch derjenige, der völlig panisch Phase 2 vorgezogen hat, wie ein Baby! Ha? Mann, es wäre ja sowas von blöd, wenn irgendwelche nerviglogischen Roboter jetzt versuchen würden, mich auszuschalten, bevor ich die Chance hatte, das leuchtende, rote Signal anzufassen! Bist hier nervig? Wir sind nicht nervig! Du bist hier nervig! Ich habe kein Wort von euch verstanden, aber es hat echt nervig geklungen! Hä? Ach! Hä? Ha! Ups! Das habe ich echt nicht kommen sehen! Gerade bereue ich jede Sekunde meiner Existenz! Ich würde ja sagen, dass ich kein Trieb habe, wenn ich Emotionen hätte. Aber die hab ich nicht. Eines Tages werden wir uns wiedersehen, Mensch. Das war nicht deine letzte Begegnung mit den Weatherhands. Ja, die haben vollkommen recht. Der Sturm scheint vorbei zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017